Ja, ich war sehr betroffen vom Alkohol, habe nicht mehr ohne leben können und habe das aber nicht wirklich eingesehen, dass das so ist. Alkohol während der Arbeit, ich konnte nicht mehr ohne Alkohol funktionieren. Ich hatte überall meine Flaschen. Ich musste bis zu zwei Flaschen Schnaps trinken. Ich bin, wenn es nicht genug hatte, bei der Tankstelle während der Arbeitszeit schnell rüber. Ich habe nur noch getrunken. Ich habe versucht mit Kaffeebohnen den Geschmack. Ich hatte irgendwann so hemmungslos in der Schublade meine Flaschen mehr als die Bleistifte. Das Leben ohne Alkohol ging nicht mehr. Und trotzdem habe ich funktioniert. Ich glaube, dass man es allein nicht stemmen kann, weil es so umfangreich ist das Thema. Und dass man sich von den Profis Rat holen soll. Ich denke, das ist sehr wichtig. Das Leben ohne Alkohol ist nicht gut. Das Leben ohne Alkohol ist nicht ebenso ein herzlicher. Das Leben ohne Alkohol ist nicht gut.